Jörn und Herzlich Willkommen zu einer Folge von Minecraft-Bocketschen von LPNVP und Creeper-XD ja, Leute! äh, tolle... ja, sorry ...familienangelegenheit ja, ich bin bei Ihnen wieder zu besuch, ja, haha ah, warte, ich komm drauf ich bin nicht mehr auf einer Welt äh, dort? Nein, dort? du darfst eine Welt? ja, ja da kommen wir jetzt nicht mehr, das ist mein Kopfschirm nein, ich bin ich kann jetzt mit meinem zweiten Mann kommen rein hey, ich gehe nicht einmal, ne? guck mal, ich mach nicht mal was also, hey, ich mach nix das ist mein Bruder das LPNVP ist in den Zeit schuldige Leute, ich habe leider, äh, Blocklaunche Pro nicht mehr und, äh, und ich komme auch drauf zockt über Blocklaunche hey, der hat nicht gekillt what the fuck? Blocklaunche, what? schaff's nicht ja, ich habe, wie war, dann gehe ich jetzt in den Wett, ne? ich kann mit zweiter Kontext gleichzeitig spielen, ne? so kann ich Leute gut verwirren ist okay what the fuck, komm, wie steil, ne? ich bin nicht mehr auf der Welt äh, wo ist dieses Projekt, wo du mit Trollere angefangen hast hab ich, äh, hier, warte das Projekt mit Trollow da machen wir jetzt mal so da ist es nur halt hier bei diesem Projekt, da hast du nicht mehr so viel boîte, du hast ein Multiplayer auch каждungs Immerhit, Streit, Saw, Scham, Spreit, Schäden Wort, fyse,222 watching tout unsere media hat auch Scham, Scham, Scham evento Sólo aber ich möchte jetzt wissen Sie, ich� med, mit. Mitarbeiter Jungen Eker 1 Eker wenn es dann so ein Karten mit Parkmann in Katzen mit Sonnenkart Pockenlöschchen drauf Kipaik Stierfachstmetsch die Welt auf welchem Bewerb ja auch keiner ja um in die man auch nicht geilen Kreativ in der Söhne die Hälfte Kälte Hälfte toll angefangen ich möchte die die haben wir gestern angefangen der Film von Projekt statt zu bauen die Städte er soll eine gute Welt das jungen ach so ein Leute ich wollte mal mein Stadion zeigen und Stadion und deswegen geht es auch hier raus und vielleicht kommst du ja noch hinterher ja ich komm wenn mein großes Stadion bitte und wenn er noch die kleinen Kinder keine die mehr aber ich komme gesparten das Baten ich bin in irgendeiner Welt drinnen und wobei du nicht mehr in die Hand damit die Leute Lern die Bündchen ich bin Lied ich bin ich bin ich nicht mehr und ich bin und ich habe ich habe eine geile Idee so kann ich voll gut Leute erschrecken also nicht erschrecken aber die Blattmann der Fettungsverwaltung ich hätte feiern und dann der sie direkt tot aber ja ich habe nicht einmal ähm die Stadion und kann man gut Leute drohen ja es kann man könnte zu meinen Stadion denken mein Stadion für den Großen damit ist das hier das große ja und dann sagen wir mal ein Schatz oh schade ja wenn wir dann um ich glaube wir werden nehmen und nicht gleich noch einmal ich wollte noch was machen also meine Lieblings YouTuber sind ja hier der Unge der I-Doppel-Zi Jo I-Doppel-Zi Junge der zu geil älter Dena I-Doppel-Zi Unge Woto Jo I-Doppel-Zi und der Julien Bam und dann sagt ja Jo der Julien ist der korrekteste ja und dann sagen wir mal